Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Pocket Edition. In der letzten Folge haben wir dieses Dach festfertig gekriegt und ein bisschen Monster-Geschnetzeltes gemacht. Jetzt werde ich erstmal schauen, dass wir das Dach fertig kriegen. Und dann schaue ich mal weiter. Mann, 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 Mann. Das wird schon reichen. Und was ich noch fragen wollte, hättet ihr möglicherweise irgendwelche Vorschläge für Texture Packs? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr wollt. Oko, hast du was zu sagen? Nee. Hast du schon einen neuen Termin für das Serverdingens gefunden? Nee. Dann eben nicht. Ja, ich musste das jetzt so sagen. Und warum? Du weißt, er musste. Und warum? Keinen P-Lan. Keinen P-Lan? Sollte ich keinen W-Lan sagen? Und was für Projekte würdet ihr gerne sehen? Also Spiele? Würde mich auch mal interessieren. Also in die Kommentare schreiben. Bitte. Oh. Hm. Ah, ich sollte. Ah, gut. Monsters und dann. YNB Are you sicher? Ähm. De еще um. De persönlich integriest hat oder Elusse. Da, 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 da und so weiter und so fort. Da brauchen wir wieder Stein. Wieso habe ich eigentlich unten bloß 5 Slots? Wisst ihr, woran es liegen könnte? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Von mir aus dürft ihr auch eure Erlebensgeschichte in die Kommentare schreiben. Für was ist die Lebens? Keine Ahnung. Weiß jemanden langweilig ist? Hey? Ja, ich weiß, ich habe verrückte Einfälle. Oh, ich weiß, was für eine fliestöcke ich mache. Aha, sehr interessant. Eine fliestöcke. Ja, nicht lustig. Ich mag eine nicht lustige fliestöcke. Leute haben Gesichter. Ich sage das jetzt bloß, weil ich keinen Plan habe, was ich sagen soll. Das hört man. Das merkt man gar nicht. Ich mag auch ein nicht lustiges Kissen. Das merkt man ganz lustig. Das merkt du ein, dass das ist das überhaupt nicht lustig. Ja, ja. Kommt hier wieder der Stonecutter hin und hier wieder zack. Nope, hier kommt noch nicht hin. Ich brauche schon wieder Stein. Du Schwäin. Das nehme ich auch mal mit. Wir müssen auch mal wieder in die Mine. Ansonsten kann ich das Geplante nicht umsetzen. Ähm, ja. Die Tür hier war noch nicht gewollt. Eigentlich das Schwert. Ja. Sock. Hier haben wir einen Sock. Nein. Mann. Das gibt's doch nicht. Ab. Hallo. Ja. Schau mal. Also du sagst, du sollst betten, deshalb dachtest du hier erstmal und schau. Was? Ich get, wer macht denn sowas? Berhúslich. Takk er hér þess, líraræn, æzen, gansinn lim, kóle, æzen, 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 Ja, mir ist das letzte Mal eigentlich schon aufgefallen, ich sollte lauter reden. Ich habe das jetzt völlig verdrängt. Tut mir ehrlich gesagt leid. Hier kommt das. Steck. Um, ja, hér tvítast mig gansinn steinaræn. Sóra steinzæks. Holt. Hér í slepps. Treppen. Dingens. Laden den iPod. Möhm. Möhm. Ihm. Wierne wieder zum Ofen. Holen die Steaks raus. Essen eins. Und dann... Ach, was ist das Holz? Da. Da. Axt habe ich. Axt. Axt. Hinten lege ich mir das Schwert an. Das kann ja überall Spenden und Creeper sein. Ähm, Satzlinge habe ich. Ach ja, die sollte ich dann woanders pflanzen. Ach ja, meine Pläne. Meine Pläne. Die gehen genau so auf, wie ich das... Ich bin der Räste. Ich bin der Räste. Also würde ich es...